Es ist mir scheißegal, ich hätte mir in die Eier getreten. Heute zu Gast bei Eine Stimme ist Serdar Sumoncu. Sehr viel Talent vor der Kamera, Moderator, Schriftsteller, Musiker, Comedian bei Eine Stimme heute. Hast du das TV-Duell geschaut? Ja. Und? Ich habe das bekommen, was ich erwartet habe. Ich finde, das ist so eine Amerikanisierung des Wahlkampfes, die ja damit angefangen hat, dass damals Gerhard Schröder das mit sich machen ließ, die der deutschen Art, Politik zu machen, nicht besonders entgegenkommt. Weil sie dadurch steifer wird, weil sie dadurch floskelhafter wirkt und weil eigentlich die beiden Kandidaten, die am Rednerpult stehen, nichts anderes wollen, als jeden Fehler zu vermeiden. Und das ist für mich nicht eine politische Debatte. In einer politischen Debatte messe ich ja gerade die Leute daran, wie sie mit ihren eigenen Fehlern umgehen und wie sie auch in Fehler vielleicht hineinstolpern, weil es eine Gesprächsführung gibt, die das zulässt. Bei der Gesprächsführung, bis auf Stefan Raab, war sehr vieles sehr festgelegt und aus meiner Sicht auch viel zu ängstlich. Also warum beispielsweise kann man der Kanzlerin nicht einen Maulkorb erteilen, wenn sie zu viel schwafelt? Und man sagt einfach, pass auf, liebe Frau Merkel, du hast jetzt so viel gelabert, halt einfach mal die Schnauze. Es kann ja sein, dass es Themen gibt, von denen du dir wünschst, dass sie auftauchen, weil es gibt sozusagen immer ein Bouquet von Themen und man hat immer das Gefühl, manche sind dabei, die wichtig sind, aber es ist nicht unbedingt alles, was einen interessiert, was in der Debatte gerade auftaucht, oder? Also ich vermisse da ein paar Sachen zum Beispiel. Ja, das läuft immer zwangsläufig darauf hinaus, dass man zum Lobbyisten wird und für seine eigenen Bedürfnisse nur eintritt. Politik ist aber eine gesellschaftliche Sache, in der es vor allem auch darum geht, dass man für die Bedürfnisse der anderen eintritt. Und um dieser Verlockung nicht zu unterliegen, dass man eben zu so einer Art Ich-Schimpfer wird und sagt, ich habe aber das und das und das, was ich behandelt haben will, muss man, glaube ich, eine Geduld auch aufbringen, abzuwarten, wie sich Dinge entwickeln. Also es ist zum Beispiel so, wir sind in der Phase gerade, wo sehr unklar ist eigentlich, was passiert. Also welche Haltung hat die Bundesregierung zum Syrien-Konflikt? Was denkt Angela Merkel über den NSA-Skandal? Warum sagt die SPD eigentlich, dass sie in der Opposition ist, wenn sie maßgeblich beteiligt war an den Dingen, die sie heute an der CDU kritisiert? Und da neige ich dazu, so ein bisschen zu warten, beziehungsweise einen Schritt zurück zu gehen, um von oben einen anderen Blick auf die Sachen zu bekommen. Natürlich gibt es Dinge, die mich als Kunstschaffenden besonders interessieren. Die Frage zum Beispiel, warum so viele Steuergelder verschwendet werden für Projekte, die nie stattfinden. Aber auf der anderen Seite Künstler, die wirklich jeden Pfennig brauchen, kämpfen müssen. Nicht nur um Anerkennung, nicht nur um Reputation gesellschaftliche, sondern auch um Existenz. Du hast gerade das zweite Album, glaube ich, gemacht. Du hast ja auch viel so in diesem ganzen Rap-Umfeld zu tun. Würdest du dir so eine Zuspitzung wünschen? Also sollte so ein TV-Duell mehr wie Battle-Rap sein? Ich fände es eigentlich ganz cool, ehrlich gesagt, wenn auch die Rapper sich um Wahlkämpfe kümmern würden. Und wenn sie nicht nur parteipolitisch Stellung beziehen, sondern wenn sie sich auch gesellschaftspolitisch etwas transparenter machen würden. Heutzutage bleibt eigentlich die Attitüde der Rapper bei ihrem Underground-Bewusstsein hängen. Und bei diesen ganzen Texten von, ich komme aus dem Dreck und ich habe es geschafft, jetzt habe ich einen Riesenschwanz und eine Pumpgab in der Hand und schieße dich über den Haufen. Aber eigentlich wäre Rap die Idealvorlage, um auch Politik zu machen. So wie es ja auch wirklich in der Vorlage im Ursprung des Raps in den USA war. Wo sie gesagt haben, das ist unsere Form von Widerstand, das ist unsere Bewegung, die wir dem entgegensetzen, was in Amerika Intoleranz ist. Glaubst du, dass wir zu viel in Deutschland über Herkunft reden oder zu wenig? Müsste ich jetzt verallgemeinern. Es gibt kein zu viel, kein zu wenig. Manchmal reden wir zu viel drüber. Wenn Buschkowski ein Buch schreibt und es plötzlich heißt, Neukölln ist überall, vergessen wir, dass es dann auch heißen müsste, Zwickau ist überall. Und manchmal ist es anders. Also ich wünschte mir, dass man davon Fall zu Fall einfach vorgeht und nicht nach Pass und Herkunft bemisst, sondern einfach danach, wie sich ein Mensch gibt und was er macht, was er sagt. Wenn er Teil dieser Gesellschaft ist, wenn er unsere Sprache spricht und vielleicht auch nur bruchstückhaft unsere Sprache spricht, dann hat er die Einladung verdient, Teil dieser Gesellschaft zu sein. Wenn er es selber nicht will, dann würde ich ihn auch nicht dazu zwingen. Was hast du gedacht, als du zum ersten Mal die Bilder aus Hellersdorf gesehen hast? Weißt du, mich überrascht das gar nicht. Ich finde es immer viel überraschender, dass die deutsche Öffentlichkeit denkt, das wäre neu. Ich habe das jahrelang jeden Tag gesehen. Ich bin durch Deutschland gereist, durch Österreich, die Schweiz, Italien, also nicht nur in Deutschland. Und ich habe jede Form von Intoleranz gesehen, die du dir vorstellen kannst. Und zwar öffentlich und unverhohlen mit einem Selbstbewusstsein, wo du gedacht hast, alle Achtung, wenn das mal der Rest Deutschlands wüsste, wer weiß, was dann passieren müsste. So sehr manchmal es auch wichtig ist, eine Distanz zu geschehen, zu bewahren, wie ich es am Anfang gesagt habe, so sehr kann es auch manchmal wichtig sein, sehr schnell und sehr dringlich einzugreifen, wenn Unrecht passiert. Und das, was da passiert, ist Unrecht. Niemand hat das Recht, anderen zu verwehren, hier zu leben. Schon gar nicht, wenn sie geflüchtet sind vor Kriegen, die wir mitinitiiert haben. Wer sind wir denn? Wir bombardieren irgendwelche Länder, weil wir billiges Öl haben wollen. Und wenn die Leute keinen Bock mehr haben, in der Ruine zu leben und hier hinkommen wollen, sagen wir, haut ab. Das können wir uns nicht leisten. Willst du wählen gehen? Ja, natürlich. Ich weiß, wie es ist, nicht wählen zu dürfen. Und deswegen ist das für mich ein Recht, das ich lange Jahre einfordern musste. Und ich bin mir dessen sehr bewusst, dass es ein hoher Wert ist, einer demokratischen Gesellschaft, dass man einmal in vier Jahren, und sei es auch in dem Glauben, damit nichts bewirken zu können, seine Stimme abgeben zu können, zu dürfen. Denn das ist nicht jedem erlaubt. Wieso war das so? Wegen der Staatsbürgerschaft? Oder wieso konntest du nicht wählen? Ich konnte sowohl in der Türkei als auch in Deutschland nicht wählen. Ich war sogar zeitweilig deutscher und türkischer Staatsbürger. Aber paradoxerweise hat erst Tayyip Erdogan eingeführt, dass die in Deutschland lebenden Türken in der Türkei wählen können. Dadurch, dass sie nämlich ins Konsulat fahren und dort sozusagen per Briefwahl ihre Stimme abgeben. Und in Deutschland war es genauso. Ich war als Türke, als hier langjährig lebender ausländischer Mitbürger nicht dazu in der Lage, eine Stimme abzugeben. Ich durfte den Ausländer beiräten, irgendwelche Entscheidungen treffen über Moscheen oder nicht, aber eine Stimme abgeben und wählen, wen ich als Kanzler haben will, durfte ich lange Jahre nicht. Danke für das Gespräch. Das war sehr interessant. Danke auch.